Fünf Bewohner unseres Dorfes sind tot. Wie viel werden es noch werden? Kein Blut. Sie hatte kein Blut mehr in ihrem Körper. Erklärt mir, wieso etwas möglich ist. Mir persönlich ergibt sich hier keine Erklärung des Verstandes. Wer seid ihr? Ich bin das, was ihr alle euer Leben lang gefürchtet habt. Sieh mich an. Was geschieht mit mir? Als der Fremde kam, starben vier Menschen in wenigen Nächten. Was zum Teufel geht hier vor? Er ist nun hier und wir, wir folgen ihm. Wesen der Nacht, Vampire, Blutsauger. Ich bitte euch, wir leben im 19. Jahrhundert. Wenn dies seine Rache ist, Gott stehe uns bei. Die Toten erhoben sich aus ihren Gräbern, um seine Rache zu vollstrecken. Gott wird das nicht zulassen. Gott hat hier mit nichts zu tun, Pater. Gott ist Heiligerس Max. Gott ist Heiliger. Gott funzetisch. Gott wird das Schiff.